Hoch die internationale Solidarität! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Wir wollen einfach nur einen Brief übergeben, wo wir nach dem Verschwinden eines politischen Aktivisten, eines Jugendaktivisten, der sich für Studentenrechte, Arbeitsrechte eingesetzt hat, nachfragen und sie versuchen uns mit Gewalt davon abzuhalten, diesen Brief zu übergeben. Ich glaube, das zeigt, dass der pakistanische Staat ein Unrechtsstaat ist, wo Rechte von Arbeitern und Jugendlichen nichts zählen. Und es zeigt, dass es sich rentiert, wie die Genossen in Pakistan es machen, gegen so ein Unrecht aufzustehen. Deswegen sind wir heute hier, um die Freilassung von Amar Fayyaz zu verlangen. Wir wollen sofort wissen, wo er ist. Wir wollen wissen, wo er sich befindet. Er wurde am 8. November entführt vor der Medizinischen Universität in Yamchero, im Sinn. Es waren Polizeiautos dabei, es waren andere Jeeps dabei. Und er wurde entführt. Und seitdem wissen wir nicht, wo er sich befindet. Niemand weiß, wo er sich befindet. Wenn es eine Anklage gegen ihn gibt, dann soll er vor einem Richter vorgeführt werden. Aber es kann nicht sein, dass Aktivisten entführt werden, verschwinden. Egal, wofür sie kämpfen, sind in Pakistan immer wieder Leute verschwunden. Und wir müssen dagegen auch hier in Österreich aufstehen. Oh, die internazionale Solidarität. Oh, die internazionale Solidarität. Oh, die internazionale Solidarität.